Einen wunderschönen guten Morgen. Der Episodentitel, der verspricht viele Apps. Die schaffen es auch alle in dieses Video, aber es dürfte klar sein, dass das nicht vollumfänglich die Klasse 1 bis zum Abitur abdeckt. Vielmehr sind diese Apps als gut gemeinter Einstieg für Eltern zu verstehen, die ihren Kids zum Schulstart mit Software helfen wollen. Das sind Apps, die ich selbst auf die iPads meiner Kinder aufgespielt habe und es ist Software, die mir von befreundeten Eltern nahegelegt wurde.